Hätten Sie es gedacht? Schimmel ist Gift. Toxisch. Ich wollte eigentlich Lebensmittel erwerben. Und was habe ich erworben? Stress. Guten Tag. Das gab es zum Herrn Böhm nicht, bei der Gründung vor einigen Jahren in Fürth. Und dass ich das nicht stehen lasse, steht so sicher wie das Amen in der Kirche. Galakom.tv. Nicht alles Banane, was ich spreche. In diesem Sinne, auf mehr Mensch. Das Bier sollte ich holen. Ich habe zum Beispiel danach gefragt, wo ist das Radler? Ja, da hinten, 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 da hinten. Ja, Entschuldigung. Ich bin nicht 20 Stunden im Markt. Ich kaufe kein Bier. Dann kann man eventuell einen Produktlotsen bekommen. Guten Tag. Alles Gute? Alles Käse oder was? Ich gehe davon aus, dass auch der gekauft ist und gut ist. Oder nicht? Weil wenn er nicht gekauft wäre, dann hätten ich ja jetzt schon wahrscheinlich gestohlen. In diesem Sinne habe ich jetzt auch einen Bon. Und diesen Bon, den sende ich jetzt gleich an die Zentrale. Damit die weiß, wann ich eingekauft habe. Gute Nacht, Bären. Wahnsinn. Wieder neben, muss Personal sein. Werkt Film. ASB.